Hallo A-Tube und hier ist wieder euer Sana und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erben der Könige. Und beim letzten Mal haben wir uns den hier gebaut und den schon mal ausgetestet an den hier. Beziehungsweise nicht an den hier, weil die leben noch. Das würde mich auch mal interessieren, ne? Geh mal, du, geh mal. Können wir nicht hier unten hin? Geh mal irgendwie nach da unten. Es kann sein, dass sich welche aus einer Insel gerettet haben, weil hier ist noch eine Insel. Und die stehen jetzt hier rum und haben nichts zu tun. Genau. Jetzt werden wir nämlich einfach mal nicht mehr überrannt von den Barbaren. Was jetzt, was ich recht nützlich finde. So, seht her. Schaut keiner zu sein. Hm. Können wir irgendwie hier hinten, ist auch noch eine Insel, die interessiert mich. Können wir uns da mal so Brücken rüber bauen, so an den kleinen Inseln lang? Das wäre lustig. Oh, was macht er, was macht er? Achso. Hm. Okay. Ach ja, genau. Unser Eisenhandel ist ja auch immer noch dabei. Da haben wir erstmal genug Eisen. Ach, der ist fast fertig. Nice. Na dann, äh, die machen da weiter. Da haben wir 6000 Eisen ungefähr, ja. Ein Handel, wo er abgeschlossen ist. So, dann können wir erstmal richtig fett Truppen rekrutieren, ne? Warte mal. Habe ich schon eigentlich alles ausgebaut hier hinten? Oh, nee, habe ich nicht mal. Macht mal 1, 2, 3 und den und hier. Und dann macht ihr auch nochmal 1, 2, 3. So, perfekt. Genau, dann habe ich erstmal richtig viel Bastardschwertkämpfer. Dann passt das erstmal. Ich frage mich, ob der Bogenschütze noch da ist. Ich könnte schwören, der war beim letzten Mal auf einmal hier mitgerannt. Wie auch immer der da hingekommen ist. Ah, naja. Das soll mich erstmal nicht interessieren. So, 2000 von dem Eisen sind schon mal weg. 2500. Das hat sich da erstmal gelohnt. So, dann kommt er erstmal dahin. So soll es sein. Sechs Truppen mehr und das sind erst mal Bastardschwertkämpfer. Also das ist erstmal schon mal recht viel. Habe ich schon einen Arm-Barberlisten? Ah, nee, warte mal. 1, 2, 3 und den. Perfekt. Haben wir noch Helden? Ja, ne? Sind die alle. Da sind die. Die stehen da mitswischen. Das steht da. Petum steht da. Natürlich. Oh, stell dich da hinten rein. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, wir haben keine mehr. Ja, wo sind der? War er Drake? Oder ist Anders Yuki? Mittendrin. Naja. Okay. Ja, was können wir denn noch machen? Ich habe nicht genug Tage. Pfff. Fuck, ich habe kein Geld mehr. Oh. Ja, stimmt. Da ist noch eine andere Ressource, die man braucht. Ah, verdammt. Okay, das ist ein schöner Scheiß-Umrechnungskurs. Für Eisen ist super, aber Eisen habe ich mir gerade erst geholt. Und, ähm, es ist gerade noch Zahltag, aber, äh, 2000. Ja, 2000 Kronenat, ich habe relativ viel Lehm. Ich könnte immer, ich könnte immer Lehm eintauschen irgendwie. Verdammt, ich habe vorher nicht auf mein Geld geachtet. Ah, ja. Ja, egal. Ah, aber Star Trek-Kampf habe ich jetzt. Genau, perfekt. Die sind jetzt schön stark. Ja, okay. Oh, ich, äh, ihr bringt mir noch nicht viel. Ich möchte gleich mal gucken, wie sexy die Arbalisten-Schützen aussehen. So, dass ich kenne die ja. Sehen die ja mal gleich aus. Yay. Ganz viele. Das sind auch gar nicht so viele. Hm, da muss ich ja dann mehr schützen, aber naja. Reicht erst mal. So, dann könnte ich noch ein paar Kanonen bauen. Eigentlich kann ich es dann wirklich schon versuchen, ne? Ich dann auch mal Geld habe. Das Geld, das habe ich auch mir aus den Augen verloren. Naja. So ist es halt, ne? Im Leben. Wenn man nicht auf sein Geld achtet, hat man keins mehr. Habe ich jetzt auch gar nicht. Ich habe erstmal irgendwie gedacht, das Eisen wäre das Bottleneck, ne? Und dann, scheiße, ja. Das kostet ja auch alles Geld. Habe ich nicht dran gedacht. Naja. Das ist schon... Der, mir können Sie sich schon mal sehen lassen. Achso, warte mal. Hier ist auch der Typ noch. Ich wollte mal was gucken. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der Mann da? Hier ist noch eine Insel oder so. Wo ist denn der Fernblas? Gerne. Hier ist nämlich noch eine Insel. Äh, hier ist noch eine Insel. Ganz viele Inseln. So, ähm. Guck mal. Da hin. Es ist ganz viele Inseln. So ganz kleine. Schaut in die Ferne. Ich scoute da mal alles ab. Hm. Das ist ja recht... Sieht durch mein Fernglas. Recht lustig. Sieht durch mein Fernglas. Okay. Achso, okay. Ich stehe mit dem Blatt dafür, ne? Man kommt nicht irgendwie hin auf diese Insel. Sieht durch mein Fernglas. Die sind einfach da. Hm. Interessant. Hier ist... Hier könnte auch noch was sein, ne? So ein bisschen. Ach, na dann. Ha. Wer gefällt es mir? Hm, was soll es denn dabei? Was macht, macht er was? Ah ja, da. Toll's. Okay. Dann wäre das mal ein Handel. Ich brauche Geld. Na dann. Aber irgendwie mit dieser Wettervorhersehersage auch nichts, ne? Ich glaube, der hätte mir das nicht vorher angekündigt, das vorher. Ja. Bevor es geschneit hat. Oder einfach geschneit. Na ja. Die Türme stehen alle noch. Die sind alle. Die Türme, die hier standen haben, alle nicht überlebt. Ah, na ja, okay. Hm. Ähm. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, ne? Könnte ich in der Schmiede irgendwas schon mal machen? Kettenhemd. Erforscht mal was. Ich könnte schwören, ich habe gerade einen Händen. Der Trupp ist schon mal voll. Äh, der da. Ihr habt nicht genug Taler. Noch nicht. Ah. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Oh, das hat wirklich für den ganzen Trupp gereicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und oben im Baum. Naja. Ich kriege natürlich auch immer weniger Einnahmen, aber na ja. So ist das halt, ne? Ah. Das können wir auch danach mal machen. Mit den ganzen Technologien hier forschen. Aber ich habe auch kein Geld. Ah, gleich habe ich Geld. Und wir vielleicht genommen 1.500? 2.400? Ah, 2.400. So, hier geht alle mal rüber. Das reicht erstmal, glaube ich. Und ihr erforscht mal Sachen. Erforscht Sachen, Leute. Ja, ich habe auch jetzt ein paar Schützen. Da können wir auch mal was erforschen. Für die Schützen. Die beiden können auch nochmal zurück, weil ihr habt nicht volle Truppenstärke. Der eine ist mir wichtig. Heureka! Welches Leder? Perfekt. Dann macht man gleich das nächste. Spartierte Leder. Habe ich auch eine Sägemühle und so eine Scheiße. Das könnte man auch ausbauen. Da sind die noch besser. Jetzt braucht man dafür Flaschenzug. Ich habe noch nicht Flaschenzug. Als ob. Ah. Weiß ich noch nicht. Ah, okay. Das kostet noch nicht viel. Ich habe einfach genug Holz und Stahl. Können ja auch mal wieder was erforschen, ne? Hier irgendwas machen. Steuern hoch. Ich habe keine Kirche. Dafür könnte man die gut gebrauchen. Aber naja. Kirchen lohnt sich erst, wenn sie Kathedralen der Kanzale segnen. Sonst sind manche einfach richtig depressiv. Wenn ich hier richtig abziehe. Naja. Oh, ist auch noch ein Gemeindezentrum hier. Das muss man auch noch mal schnell ändern. Das kriegst du auch wieder Taler, ne? Das gefühl ich habe leichte Geldprobleme. Naja. So. Wenn ihr durch seid, kann ich euch mal ausbauen, falls es geht. Ja, perfekt. Oder dann mache ich mir erst mal voll die ganzen Technologien. Und dann... Da habe ich ganze Technologien. Dann bin ich super. Ausbau vollbracht. Von was denn? Ah ja. Verzeihung. Hä? Perfekt. Flaschen zu. Wofür brauche ich das denn? Ah ja, genau. Ach Gott. Ich komme eigentlich mit daher. Äh, ist hier noch genug Platz irgendwo? Hier ist Platz. Hier kann man Platz machen. Wird schon nicht so viel sein. Na, hier müsste ich wahrscheinlich noch was bauen. So, nochmal. So, und dann geht ihr wieder rüber. Ausbau abgeschlossen. Perfekt. Ausbau abgeschlossen. Okay, dann fehlen dann wahrscheinlich irgendwie Plätze, ne? Äh, wo sind sie denn? Oh ne, super. So, erwarte ich noch darauf, dass die ausgebaut werden. Ich weiß nicht, wie viel mehr die brauchen. Nichts ist das Problem. Ausbau fertig. Äh, auch nicht viel. Super. So, dann. Erstmal die Befriedigung, ich meine Befederung. Ausführen. Äh, ausführen. Erforschen. Das ist gleich leer. Eisen haben wir jetzt erstmal wieder genug. Gibt es hier irgendwie so Geldfarm. Äh, Geldminen. Das wäre lustig, wenn es das gäbe, aber... Irgendwie Geld abbauen könnte oder so. Ah, jetzt noch kein Eisen mehr und so. Naja. Äh, dann könnt ihr erstmal, weiß ich nicht, was machen. Lehm oder so. Lehm wird ein bisschen knapp. Ja, da würde ich auch erstmal sagen, beende ich erstmal die Folge. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Siedler des Elbe der Könige. Bis dahin, euer Sana. frisch 2, 3. type 1 3 XY 4 7 4 9 9 10 10